Hallo und herzlich willkommen auf dem virtuellen Messestand von Firma Boschert. Mein Name ist Kerstin Gerdes und ich möchte Ihnen heute gerne unsere verschiedenen VT-Einsätze vorstellen. Beginnen möchte ich mit unserem VT1-Einsatz, welches baugleich zu unserem C-Lager ist und ist somit 1 zu 1 ersetzbar. Die Lagerung und Drehmomentübertragung bei unserem VT-Einsatz ist sehr gut, wobei auch das Wickelwellenende einfach herzustellen ist. Hier muss das Wickelwellenende mit Sorgfalt eingelegt werden. Für ein einfacheres Einlegen haben wir auch unseren VT2-Einsatz im Programm. Dieser kann einfach ausgetauscht werden. Auch hier ist hervorzuheben, dass das Wickelwellenende technisch einfach herzustellen ist. Zu beachten ist hier das eingeschränkte Gewicht und Drehmoment durch die ungünstige Geometrie im Oberteil. Unser VT6-Einsatz macht auch ein einfaches Einlegen der Wickelwelle möglich. Hier ist aber im Vergleich zum VT2-Einsatz keine Einschränkung des Gewichts und der Drehmomentübertragung vorhanden. Haben Sie eine schnelle Anwendung, möchte ich Ihnen hier unseren VT7-Einsatz zeigen. Der hat eine getrennte Gewichts- und Drehmomentübertragung und macht somit eine sehr gute Lagerung möglich. Unsere VT7-Einsätze sind alle nitriert. Bitte beachten Sie aber auch hier die eingeschränkte Gewichts- und Drehmomentübertragung. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und stehen Ihnen gerne unter unserer E-Mail-Adresse saleskl.boschert.de zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.